Gut Kivale gespielt, sehr schön. Oh, jeder sitzt jetzt. Jawoll, geht auch. Astreines Tor, Astreines Spiel. Sehr schön. Sehr gut. So findet ihr Spiele an. Willkommen zurück bei FIFA 18. Ich bin wieder der Jaro und wir spielen jetzt weiter Fußball. Weil Fußball ist in diesem Sport ja das Leben. So, genug, du bist täuscht gequatscht. Wir machen jetzt weiter und haben direkt unser nächstes Training. Aha, das ist eine Überraschung. Gegen den Torwart aus dem Schusswinkel. Ach so, na gut. Dann ist es jetzt erstmal ein Training. Wird Alex wieder fit? Um die Niederlage verletzten, mal wettzumachen. Hm, Alex wird er besser. Das habe ich schon gelesen, genau. Praxis macht perfekt, Lads. Und Perfektion ist, was wir nachher. So. Training beginn. Gegen den Torwart. Erzähl ihr möglichst viele Tore gegen den Torhüter. Okay, machen wir. Gucken wir, wie wir uns im Training anstellen. Ein Stand, oder? Also, wir sind ja da gesessen. Mit der Hilfe sogar. Oh, der war in den Himmel. Huch. Oh, sehr elegant. Ja, schon mal exzellent. Aber es geht trotzdem noch weiter. Also, machen wir weiter. Exzellent. Also, treffen tun wir auf jeden Fall. Das müsste nur mal in den Spielzeug klappen. Da sieht das eher so aus, ja. Und nicht so. Letzter Versuch, und. Oh, der ging daneben. Aber trotzdem, exzellent. Das wollen wir mehr. Fortsetzen. Schusswinkel. Durchquer die markierten Tore und Triff. Für getroffene Ziele gibt es mehr Punkte. Hm. Ja, das passt ja bis jetzt ganz gut. Uh. Oh je, oh je. Oh, der Winkel, da liegt man nicht so. Gut zu wissen. Oh, die Flasche getroffen. Jetzt kann der Tofer nicht mehr trinken. Oh, mein Schwein. Auf Fäusten. Sehr schön. Aber trotzdem, exzellent. Das heißt, weiter geht's. Alex ist also exzellent vorbereitet. Hm. So. Blime Hunter, you ate something different this morning. You were a monster out there. The rest here may like Hunter. Vielen Dank. Vielen Dank. Wunderbar. So, aber jetzt haben wir wirklich ein Pokalspiel. Am Nachmittag wahrscheinlich dann. Gegen L.A. Galaxy. Die schmeißen bestimmt mit Handys oder so. Oder treten mit Handys. Some of you may not know much about this lot. Show me some commitments. So, das machen wir. Das machen wir. Das machen wir immer, Chef. Das machen wir. Oh, wir sehen. Bis jetzt besser läuft. Natürlich. Heiter. 16 Uhr. Hab ich gerade gesehen. So, es lädt. Immer noch. Und jetzt geht's los. Ist das mal noch ein gelbem Stadion aus. So, ich bin bereit zu lernen über MLS zu lernen. Zum Beispiel, ob du echt zu langsamer geworden bist. Oder was denn? Oder bist du über so Freundschaftsspiel? Ja, das können wir schon beleidigen. So, wie wenn es wahr ist, dass du uns auf der Yacht verloren hast. Ja, richtig. Ich werde dir in Zirkels herumlaufen. In deinen Träumen, Mann. Hier, ihr Leute. Hier, ihr Leute. Hier, ihr Leute. Wiederholen. Jedes Spiel über Freund. Sehr schön. So. Vorbereitungsturnier. FC Chelsea gegen LA Galaxy. Auf geht's. Ich muss einfach jetzt besser laufen als gerade. Aber vorher gehen spiele ich so. Der Fehlpass ist zumindest immer noch hoch. Das sag ich doch. Der Ersten Fehlpass. Och, gut. Das war ein guter Pass. Was jetzt? Ach, Abseits. Sehr gut gemacht. Was jetzt? Auch Abseits. Oh, going. Gut gemacht. was jetzt? So voll das Absatzspiel. Oh, pass. Boah. Gut gut geholt. Kann man nicht mehr kommen. Nein, nein, nein. Das war nicht. So. So. Gut geholt er gespielt. Sehr schön. Oh, der sitzt jetzt. Jawohl. Geht auch. Astreines Tor. Astreines Spiel. Sehr schön. Sehr gut. So fängt das Spiel gut an. Wie der Kollege hieß. Wie der immer noch heißt. Aber jetzt erstmal kurz eine Wiederholung. Wird schön quergelegt. Und dann einfach reingedroschen. Sehr schön. Will Jen. Guter Will Jen. Das hat keinen Vornamen oder keinen Nachnamen. Wie nach dem. Ist auch egal. Wir führen 1 zu 0. Das hat einen sehr viel Pass vor. Und unsere Spieler dann langsam schnell zu spielen. Genau das scheint hier das A und O zu sein. Zeit vorgelegt. Oh, der Freischuss gehört uns. So. Ich hoffe, der vorne ist jetzt auch einer. Ja. Natürlich nicht. Motorwart wird dort ja. Aber sonst. Wollt mal wieder. Keiner. Ne, komm. Schmeißen bei weg. Und schießen weg. Ja, Alex ist nicht gerade so gut in Form. Trotz des geilen Trainings gerade. Fair getrennt. Fair. Dass die anderen zum Ball verliebt sind, wollen meine den so schnell verlieren. Was machst du denn? Schlavensel-Tanz. Oh wie. Genau. Laufpass. Ah. Oh, jawoll. Und der saß. Ich würde was Will Jen. So wie es aussieht. Diesmal zu guter Alex, weil die Vorlage gegeben. Will Jen, genau. Ja, das sieht doch sehr beruhigend aus. 2-0 Führung. Super. Da wackelt's Haus. Auch wenn er direkt und auch Tore zu über Ping-Pong gespielt. Sehr schönes Tor. Auch wenn er ziemlich schlecht geschossen war. Ach, ins Gesicht. Der hat mir erst mal eine Woche Kopfschmerzen. Aber das ist nicht unser Problem. Müssen wir den auswechseln. Der hat mir jetzt noch einen. Ja, das war ja auch. Konter. Der Gegner. Lass mal klären. Fast perfekt geklärt. so und hier mal spielbreit hier oder wie der Torwart Alex müsste ihn nach vorne stellen ja steht auch wenn er den Ball nicht annimmt wenn er direkt weiterspielt Vorteil und das wird gesehen der kommt gut aber endlich mal eine gute Flanke das gibt es nur mit gelben Kotel auch träglich von Sesk ja kaum mitleben jetzt musst du gleich Halbzeit von den Gemüter eh runter oh ja kurz über halb so nochmal ein Schuss ja kam gut aber halb so dramatisch Fans haben noch gute Laune William 2 Schüsse 2 Tore was willst du mehr perfekt ja so kann es gerne weitergehen aber ich hoffe die drehen jetzt nicht den Spieß um so wir jetzt von rechts nach links in der Hoffnung dass wir das Spiel so in Führung behalten können dass mal ein Ball kommen ist erstmal wichtig ja oder so ja oder so ja oder so schnell ist er auch wieder weg komm ran jetzt hier das ist ja gut das war ja einfach weggenommen das war ja einfach weggenommen jetzt mal wieder mal gewohlen ins Spiel bringen hier oh hm in der KWK ist noch aber es gibt hier einen verletzt den Karte und so sehr schön gesehen noch eine flanke mit dem kopf mensch machen sich langsam schießen wir ja sowieso nicht nach Hause gegangen wir gehen in die Ecke eindeutig eine Ecke jetzt anweisung sorge für Ruhe also nichts mehr sagen ok, gut gemacht jetzt sind natürlich alle hinten drin flacher Schuss, aber keine Gefahr aber wenn wir nach vorne spielen können sie hinten nichts machen von unserer Seite her gesehen was so wie ein Freistoß soja, war deutlich was sehr weiterverreicht das hier wurde ja recht panisch gut gut das können wir jetzt immer schnell spielen gut so schnell aber egal sieht auch gut aus komm jetzt so hier sind Zweikämpfe oh das ist nicht mehr Einsatz das ist völlig fair die wechseln schon wieder die wechseln schon wieder oh, das war ja einladend was ist denn weg hier oh das war so gekommen gut ist weg hier so mit Alexander und da sitzt erst rein ins Tor das hat jetzt eine ganze Klasse gezeigt ja immerhin das erste offizielle Tor von Alex von der Strafraumgrenze geschossen und da kam wie ein Pfeil in das Tor rein sehr schön das sieht man immer gut ja, war knapp ja, war knapp aber das Tor und gewechselt wird auch jetzt Alexander sind ja wie Alexander vom Stadion Sprecher ich glaub mir jetzt eh ich glaub mir jetzt eh hier wieder was vor ja, war klar ich muss jetzt ran an die Pille können wir noch hier nachlegen eben den Arm oh nein ja wir haben es eine volle Rotze gegen Pfosten gehauen das Spiel ist vorbei wir haben 3-0 man machen nach ja 3-0 war's gewonnen unser erstes Sieg Spiel im Pokal so kann es gerne weiterlaufen wunderbar und zweitlich steht Premier und die alle Galaxies für Leistung oh 0,3 alles erledigt wie der Trainer gesagt hat wir hören auf den Trainer wunderbar so weiter geht's 3-0 hm hätt ich nicht gedacht nach dem Fehlpass Desarce am Anfang wieder momentan sind wir mehr hitzköpfig aber na gut der Marktwert hat sich erhöht so weiter ich habe nie eine Anruhe von dir von dir oh der Vater Vater was wie du bist mein größer Fan mehr als dein altes Mann als du denkst vielleicht es ist schwer zu sagen ja ein bisschen wir sind gut da wie du ja im Torwart wir werden wir werden wir werden ein guter Spieler Alex hör schau ich muss gehen nach Chicago heute ich möchte ein paar Seiten was in einer Kamm nicht daft komm komm mhm mit dem Papa mitgehen man sitzt in so einer Kneipe ja nicht schlecht sehr interessiert guck doch sehr interessiert guck doch ja fútbol ich weiß ich ich glaube du bist in England nach der FA Cup in England final ich bin in England für neue Spieler in England nicht nicht kann nicht ich nicht wie das ist Was ist das? Das ist nur ein Geist. Es ist nicht wichtig. Ja, ich glaube. Nicht alles ist wie es ist, Alex. Du hast gut gelernt. Sie ist das, was du für uns verlassen. Alles ist okay, love? Ja, ja. Kann ich dich zurück in eine Minute? Ich bin nur in der Diner. Ich muss die Paare. Hm. Kim. Davon darf Alex nichts wissen. Offensichtlich. Deswegen gehen wir einfach ins Hotel zurück. Sind jetzt mittlerweile in Chicago. Und beenden auch dieses Video mit einem freundlichen Bye-bye. Euer Yaro85. Bis zum nächsten Mal. Fortsetzung der durchgeknallten Knalltüten folgt sobald eine neue Folge verfügbar ist. Bitte warten. Und so. Dann. Dann. Vielen Dank.